So, Jo, so, ihr MdC6, so, willkommen hier beim Spiel so Freedom Planet, so, das ist halt von Japan so Demo, ist so wie Sonic, Mega Man, Super Mario, alles in allem, ohne Super Mario, ah gut. Ah ja, trotzdem viel Spaß und, ja, dann los, ab dafür. So, gucken wir mal, was kann. Ja, ja, Freedom Planet, ja, das heißt, die Hälfte ist normal. So, wie es ein bisschen geschnitten wird, normal 10 Minuten gehen, aber das, wo man zeigt, das langt auch, so, sieht man alles. So, der Rest, halt, bleibt angezockt, die einzelnen 10, so, ja, für Spaß und Schuss. So, ich muss mal Arschlecken, äh, gemütlich, gemütlich, einmal, gemütlich, Sprache Deutsch. Lauf nicht. So, ah ja, Freedom Planet, so, hat er verangezockt. MdC6, so, guck mal, was er hier kann, so, halt wie im Carol. So, guck mal, ich glaube, das ist so ein Weltraum-Shooter. Time Attack, mehr geht nicht. Da, hier. Ah, ist doch kein Weltraum-Shooter, so, ah ja, ist klar. Kann man hier erschlagen. Hamsterrolle, Olexonic. Schlecht, schau. Hä, halt Megaman. Nicht schon mehr. So. Cool. Äh, ja. Ah ja. Bisschen verpixelt, weiß niemals. Verschiedene Sachen kann man machen. Klaas. Nochmal Power Rangers. Power Rangers. Oh, ne. Starke, ne, ob sie selbst. Cool. Äh, Demo ist Japan, cool. Geht gut ab. Ne, ne, strechst Nazi-Spinne. Schlecht auf. Scheiß Nazi-Uhren sind Dreckspinne. Kann spinnen mit Leiden, ne, ist ein Totnetz. Drecksuhren sind Spinnen. Brauch nicht. So, ja. Ja. Plusrad. Oder auch nicht. Eifreser. Spillstoff. Bringt noch mehr. Ah, der Stein, cool. So. Alles klar. Geht weiter, ey. Müssen wir haben. So. Ah ja, cool. Sonic Megaman, Eisnein. Tritt. Cool. Und Power Rangers. Au, Abloh. Power Rangers. Seife. Cool. Ja. Und weiter. Seife. Euer Schmieren Nazi. Ja, Mischung aus Negaman, Sonic, also in einem Hals. Schlecht im Schnitter. Cool, der gefällt mir. Ja, Demo Japan. So, ich hab's schon zehnmal gesagt. Pff, Pauf. Seife. Ja, ich hab's schon. Ich umbringe! Seife! Mit der Seife und Schiss ungebracht, cool! Trrrrrr, Trambadama, Tramba! So, cool! Level gebildet, alles klar, cool! So, naja, cooles Spiel, so gefällt mir! So war halt die Demo vom Spiel, so, kann man weiterzocken oder nicht? Alles klar, Demo wäre eh nicht gut, alles klar, so, cooles Spiel, gefällt mir, ich würde mal nichts zu liken, abonnieren, so, das war so, und tschüss, und mach schönes Wochenende des Freitags, so, alles klar, und tschüss!